Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kim Supernova. Mein Name ist Fluffo, wie ihr ja alle schon wisst. Und nach dem Splatfest, vor dem Splatfest, das wissen wir auch, aber was wäre eine große Sportveranstaltung ohne Berichterstattung und Rückblicke auf die Highlights. Wir schauen uns jetzt ein paar Spiele an, die Kripp gespielt hat. Einfach mal so auf Entspannungsbasis gechillt. Gucken wir rein, was da so los war und wir gehen sofort in die Arenen und los geht's. So und es geht schon los mit einer Wandelzone wieder mit einer in der Wandelzone und sofort. Jawohl, bereit. Jawohl, Kim ist bereit. Er hat seinen 3R Splash einmal diesmal dabei. Er hat noch schön in der Pose. Man braucht ja auch so ein Thumbnail-Bild. Kipp war ja extrem sauer, deswegen, dass sein Team bzw. das Team AI verloren hat. Aber ich sage immer, es gibt nicht Verlierer, es gibt eben zweitplatzierte, drittplatzierte und so weiter. Und gerade bei Splatoon, da geht's auch um die Ehre. Nicht jetzt um irgendeinen Preis. Das wäre ja noch doller, wobei das wäre gar nicht so schlecht, wenn man auch mal was richtig gewinnen könnte. Zum Beispiel die Splatfest Shirts oder so. Gut, die kann man ja auch kaufen. Er wurde ja schon weggesplattet. Mit dem Eimer kann er nicht so viel reißen, obwohl er sich damit immer so ziemlich cool fühlt. Aber aussehen ist nicht alles. Und gerade im Krieg bei Splatoon sind alle schmutzigen Tricks erlaubt. Das heißt, anschleichen mit dem Pinsel und dann weggesplattet werden. Oder so wie hier jetzt. Punkt 96 Gallon. Was ist denn das für eine Waffe? Vielleicht sollte der Kipp mal ein extra Video machen, wo er mal alle Waffen, mit denen er meistens weggesplattet wird, mal selbst ausprobiert, ob das wirklich so einfach ist, sich dann mit anderen zu killen. Wobei man muss immer wieder betonen, nicht Kills, sondern eingefärbte Fläche bringt die Punkte. Wobei auch hier wieder, ja gut, ja, wenn der Eimer leer ist, dann wirst du auch nicht, greif mal einen nackten, einen leeren Eimer in die Tasche. Da ist auch nichts drin. Aber, wo war ich denn nicht hinbegeben? Aber natürlich, wenn man killt, der man gekillt ist, wird wirklich glatt, ist gar nichts mehr einfärben. Und das killen hält halt den Gegner vom Einfärben ab. Aber man darf halt nicht das Einfärben selbst vergessen. Wenn die nicht alle neuen killen sind, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann seht halt die Fläche, wo ein bei einem killen eingefärbt wurde. So, oh, da lässt jemand weißes Hühner-Ding. Ja, was soll das eigentlich sein? Mit Geld? Ist das Eigelb vom Team Eye? Aber was soll das weiße dann sein? Kein Eiweiß? Dann muss hier das Motto heißen. Was war zuerst da? Das Eigelb oder das Eiweiß? Das gibt gar keinen richtigen Sinn. Wobei, es gibt ja etwas, was weiß ist und was auch Hühner produzieren. Und, tja, das will ich jetzt nicht so sagen, weil wir wollen ja jugendfrei bleiben. So, wir nähern uns dem Ende dieser Runde. Markkip hat noch nicht die magischen 1000 erreicht. Das ist immer so ein Ziel, was er sich gesetzt hat. Egal, wie es ausgeht, die 1000 zu erreichen. Der Gegner hat hier schon seine Farbe unter der Glocke gesichert. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Ende. Und was ist das Ergebnis? Oh, das sieht ausgeliegend aus. Ah, es hat noch ein Sieg erreicht. Fast halbe, halbe. Ja, da ärgert sich Team. Da ärgert sich Team Henne. Ja. Und da ist natürlich felle Punkte. Und er steigt weiter auf. Er ist schon super i-Brain. Also jetzt hier, man muss sagen, das ist eine Aufzeichnung. Das müsste jetzt auch eben klar sein, dass wir etwas live ist. Sondern auch Zeichen. Oh, er passt seine Waffe an. Ist er mit dem Einwand so zufrieden? Wir haben Kip schon lange nicht mehr mit einem Drinzler, mit einem Roller gesehen. Aber wenn er Splatfest ist, das heißt, wenn es wirklich um einen Wettkampf geht, wo es darum geht, Gewinn zu verlieren, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Experimente zu machen. Momentan aus Splatfest-Beitrag 18.580 Punkte. Das heißt momentan, jetzt halt zum Zahlpunkt war das so. Oh, wir haben Kip Schützenfisch und die Steinköhler Grube. Dann noch als Arenen. Gut, die Steinköhler Grube, damit sind wir immer ganz cool. Aber im Camp Schützenfisch haben wir schon einige böse Überraschungen erlebt. Oder See-Igelrock-Bühne, die hat Kip gefressen. Aber wir sind in der Steinköhler Grube, da ist ein Steinkohler-Abbau, Ruhrpott. Und erinnert mich auch ein bisschen an Kip's neuen Kanal Kip's Laboratory. Wer das nicht kennt, das ist ganz neu. Da könnt ihr sehen, dass Kip so im realen Leben alles macht. Und er präsentiert auch seine Kip-Stiefesammlung. Und so. Schauen wir mal rein. Ich kann euch den Link in die Beschreibung tragen von dem neuen Kanal. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr bleiben lassen. Aber er hat jetzt diese Sache, dass er so richtig, dieser Ulti, also so richtig mega einfärben kann. Wie gesagt, Kip ist nicht der Killer, also der tiefen Killer. Sondern er ist eher der Einfärber. Aber in letzter Zeit hat er sich auch im Kiln ein bisschen versucht zu üben. Da wird die Betonung nicht auf versucht. Er hat sich stets bemüht. Und wenn das im Zeugnis steht, sieht es nicht so gut aus. Im Arbeitszeugnis. Schulzeugnis. Keine Ahnung, was mit dem Schulzeugnis da ist. Dann steht er schon seit 100 Jahren mehr in der Schule gewesen. Oder so, 500 Jahre. So, er wirft die Bomben. Jawohl. Diese weiße, diese weiße Hüner. Zigge, zack, Hüner. Oh, und er hat, es gab mal wieder eine Mega-Kill-Megas-Platt. Aber es ist fast alles gelb. Fast alles gelb, ja. Fast nie eine Werbeplatte mit einem Werbeplakat von Shell-Öl. Ja, und er hat toll, Beinspringen gleich wegsplatten. Das ist natürlich richtig bitter. Kipp, springt, nimmt sie nicht sehr gerne. Weil wenn er irgendwo hinspringt, wäre man es nicht gleich wieder wegsplattet. Weil man kann sehen, wenn auch ein Gegner irgendwo dabei ist, zu splatten. Was ich ein bisschen doof finde, das verrät die Augen. Es gibt ja solche Schlanze, die setzen sich dann an den Spawnpunkt hin. Und warten nur drauf, dass dann jemand kommt und den wächst bleibt. Kipp, fann das auch ziemlich oft sehr lang ungerecht. Manchmal macht er selber, dass er sich im Tütenjob dann direkt erhaut. Setz auf den Spawnpunkt und dann wächst bleibt. Weil, wie gesagt, weiß, wir tun werden keine Gefangene gemacht. Und vor allem, Kipp, die macht nicht keine Gefangene her. Den Kipps geht weg. Oh, honey, 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 oh, honey, honey. Und jetzt weiß ich daran, was mich diese gelben Sachen da erinnert. Das ist das Ende, wie dein Eikämpfer, sondern Honig. Das wäre mal ein tolles Blattfest-Thema. Honig gegen Marmelade. Und die Mandation ist ein riesiges Toastbrot. Oder ein riesiges Waffeleis, das wäre toll. So, letzte Minute läuft. Das Gegner-Team ist in Gefahr. Aber es sieht sehr gut aus. Trotzdem, viele Kills sieht es sehr gut aus. Das hält Kipps-Team mit auf. Und ich glaube, das ist ein eindeutiger Sieg. 5, 4, 3, 2, 1. Und vorbei. Da hilft auch kein Klecks-Roller mehr. Madame, junge Dame. Das ist fast alles gelb. 67,4%. Mein lieber Herkes-Handis-Berein. Alter, Schlawiner. Und 2021. Das ist richtig, 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 richtig gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Und er steigt auf zum glorreichen iPhone. Jawohl. So muss es sein. Und so soll es sein. Mit 2,7 Millionen Geldtalern insgesamt. Übrigens ist hier Multimiliterär. Und wie gesagt, mein Vorschlag an Nintendo. Zahlt doch besonders eifriges Spiel dann doch dieses Mal als echter Euro aus. Da wäre Nintendo innerhalb von einem Tag pleite. So. Es geht weiter. Oh, Babette und Daniel. Oder Daniel sind mit am Start. So. Wir haben noch das Gegner-Team. Aufspieler wird gewartet. Gewartet wird gewartet. Oh. Das sind Spieler aus dem selben Team. Ja, das kann vorkommen. Wenn zu viele vom eigenen Team gerade in der Lobby sind, dann gibt es ein Spiel, wo praktisch das Team gegen sich selbst spielt. Und dann sind die normalen Splatoon-Farben da. Da ist es dann eigentlich nur schwer gewinnt, weil ja die Kunde dann im selben Team landen. In diesem Fall dann im Team-Eye. Aber natürlich will man trotzdem gewinnen und will so viele Punkte wie möglich. Ein 3R-Platscher-Schwabber ist hier auch mit am Start. Und Kick hat schon seine Ulti-Waffe aufgeladen. Und wirbt sie jetzt ab. Ich bin immer wieder fasziniert von den tollen Farben, wie die so richtig schön leuchten. Wir räuchten noch mal rein. Und das ist glattig, würde ich sagen. Ein bisschen Splatoon-ASMR. Das ist eigentlich schon. Splatoon-ASMR. Keine Ahnung. Als würde es nicht als ASMR ziehen. Nicht ziemlich gut. Ignora Splatoon-Ambient. Arm klingt ASMR. Ja, aber wir haben ja mal einen. Und da ist er wieder weggesplattet. Wo, von wo, wo, und dann Notenschlüssel und ein griechisches Alpha und so. Ja, ich weiß nicht, inwiefern andere Schrittzeichen, wie zum Beispiel Chinesisch oder Japanisch, hier übersetzt werden oder umgesetzt werden. Manche haben auch einen Strichcode schon. Habe ich auch schon gesehen als, oder nur Striche, als Namen, als Account-Namen. Ich weiß auch nicht was. Das hat bestimmt auch irgendeine Bedeutung, auch wenn Wut oder sowas davor steht. Es gibt übrigens anscheinend keine Namen, wo geschützt sind. Also es kann einem durchaus passieren, dass man Leuten begegnet, die sich so nennen, wie berühmte YouTuber oder Gamer. Also zum Beispiel haben wir schon mehrmals gegen einen Dom Tendo gespielt, der aber nicht natürlich der Dom Tendo war. Und bei Clash Royale ist P. Kip sogar mal einem Beauty Pie begegnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Beauty Pie war. Wollen wir es nicht. Aber wie gesagt, es sind auch Doppelnamen möglich. Also es ist durchaus möglich, dass sich auch andere genau so nennen, wie man es selbst heißt. Es gibt ja auch viele, die nehmen ihren echten Namen einfach. Da steht dann drin Robert oder Paul oder Susi oder so. Das sind dann die ganz Unkreativen. Die ganz, ganz Kreativen. Und Kip wird ja auch nicht, wenn es bleibt. Ja, Kip Supernova hat leider nicht mehr reingepasst. Deswegen hat er Kips platt genommen. Kip Nova wäre auch noch gegangen als Name, aber naja, ist egal. Es ist ein bisschen komisch, dass der Nachname nicht reinpasst, der richtige Nachname. Aber Hauptsache ein Kip. So, und Kip wartet hier, bis er weg. Nein, er hat es nicht mehr weggegeben. Diesen Namen kann ich nicht lesen. So, wenige Sekunden. Ich glaube, wir haben eine, diesmal haben wir verloren, zwei, eins und Ende. Pink gegen Blau wird gewonnen. Ich glaube, das ist eindeutig blau. Aber wie gesagt, wir haben das Blattfest nicht ganz so, nicht ganz so tragisch, weil, wie gesagt, es bleibt ja in der Familie. Also es ist ja auch ein von Team 3. Ja, hier das Freundschaftsband, Freundschaftsfußband, sorgt dafür, dass man barfuß rumlaufen kann. Das ist ja auch was, was Kip das Ding ist, also voll sein Ding ist. Übrigens kann man während dem Splattfest seine Waffe nicht, wie soll ich das sagen, also nicht hoch, nicht hocharbeiten oder hochhasseln. Also von kleiner Fisch zu Hammerhai oder so, oder zu Flottersprotte, zu, das weiß ich, erstickender Thunfisch oder so. Das ist während dem Splattfest nicht möglich, sondern da wird nur der Beitrag gezählt. Alles andere wird ganz normal mitgezählt, also Erfahrungspunkte, also dass man in der Stufe hochsteigen kann und natürlich auch die Goldmützen, in denen man aber, wenn man in einem gewissen Level ist, eigentlich sich gar nicht mehr kaufen kann, sondern nicht mal bei Schrimzen irgendwie Erfahrungspunkte oder so kaufen kann. Da braucht man wieder irgendwelche Extra-Tickets. Aber in den Geschäften oder so, ja, man kann natürlich noch was kaufen, das ist klar, aber man sieht wirklich richtig neuen Sachen. Ich meine, wenn man mal die Millionen überschritten hat, also das ist ein bisschen eine Banane. Ich finde, Nintendo könnte sich für Splatoon 3 da wirklich ein Gimmick ausdenken, dass man vielleicht auch größere Dinge sich zulegen kann, wenn man so ab einer Million oder so hat. Cool wäre, wenn man sich ein eigenes Gebäude oder irgendwie so, dass es ein bisschen sich aus, dass man das Spiel ein bisschen ausdrehen, ausexpandieren kann. Man sieht ja zum Beispiel im Vorspann, oder im Titelvorspann von Splatoon 1, wie so ein Jugendzimmer, wo man praktisch selbst wohnt. Das wäre ja vielleicht mal was. Das ist ja ähnlich wie bei den Jala, wo man seinen Unterschlupf sieht, also wo man sieht, wo man wohnt, wo man sich dann umziehen kann, oder wo man dann seine Klamotten hat und alles, und vielleicht auch mit Freunden chillen kann, oder chatten kann, oder so. Das wäre ein tolles Gingung. Dass man da dann von diesem Geld, das man sich hier erspielt, auch solche Sachen dann kaufen kann, und das Spiel dann erweitern kann. Ich weiß nicht, ob das technisch bestimmt möglich und umsetzbar ist. Und das alles dann natürlich hübsch mit dem Internet gekoppelt, also dass man dann seinen Account und dann da alles teilen kann, auf Facebook, Twitter, und weiß da guck mal, was es schon alles gibt. Kipp ist ja hauptsächlich auf Facebook und auf Twitter unterwegs, und ja, also was die sozialen Medien angeht. Aber ist natürlich... Und Platsch, ah ja, vorbeigesprungen. Das ist aber auch eine heikle Ecke da. Da schaffen es nicht alle, da schaffen nicht alle rein oder rüber. Ähm, so, weiter geht's. Äh, ich glaube, Kipps Mannschaft ist hier ziemlich gut am Start. Wir haben hier ordentlich Einfährpunkte und Kipps zahnt auch ordentlich Kills ab. Die Gegnermannschaft ist in Gefahr, ja. Ja, ich glaube, heute gibt's eine extra Portion Gin Nuggets oder Brathähnchen. Ja, Splatoon ist nicht unbedingt ein Spiel für Vegetarier oder Veganer, jedenfalls nicht. Ich würde nur wirklich aus voller Überzeugung, dass man wirklich Tieren überhaupt nichts an tun darf, noch nicht mal in Spielen. Ähm, jetzt natürlich nicht so doller. Aber gut, man kann's ja irgendwo übertreiben, Tierschutz und so. Das ist wirklich wichtig, also nicht falsch verstehen. Aber ein Spiel ist ein Spiel und ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass dann, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Egal, 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 egal. Da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wir sind hier zum Spielen und nicht zum Politisch-Politisch-Philosophieren. So, die Tausend sind geschafft. Jetzt, äh, jetzt, ähm, liegt es daran, noch eine Ecke zu finden, dass an der Eindämmung dabei oder die letzten, die letzten, äh, Hot-Spots da einzufärben. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende Gelände. Äh, und, was sagt das Ergebnis? Ui, ich glaub, das war knapp. Ah, es hat gerade noch gereicht mit 60,7% Verpunkten. Jawohl, da jubelt das Tier, das Tier, da jubelt das Team. Ei, 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 ei. Ja. Klingelingeling, klingelingeling, da kommt der Eier in Kling. Klingelingeling, 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 da kommen die Eier ran. Ja, ich will ja nicht einen Stripe kriegen, weil ich hier gegen das Copyright verstoße von Klaus und Klaus. Wenn das überhaupt nicht geht und jemand, die haben wir auch, da steht ein Pferd auf dem Flur und von, 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 von der Nordseeköst gesungen. So, oh, Kip macht eine Pause und die machen wir jetzt auch. Ich schiebe mal kurz nach oben. So, und zeige euch auch noch. Ja, ich zeige euch noch die Webseite. So, das war's für heute. Hier bei Splatoon, das Beste aus dem Splatfest Ei vs. Heller. Wir sehen uns das letzte Mal wieder. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bleibt spritzig bei Splatoon natürlich. Tschüss.